schöner wohne in sachsen hause der letzte samstag war ein ganz normales samstag man kennt es ja wenn man am samstag aufwacht schon gelohre wenn man den wasserhahn aufdreht auch schon gelohre da kommt ja gar kein wasser raus das ist doch industrie pisse und wach ist man am samstag auch noch nicht das wird man frühestens am sonntag ich war am letzten sonntag auch schön müde und habe mich wohl gefühlt ich habe nämlich wunderschöne wohnung in frankfurt in sachsenhausen in der brücke straße das ist jetzt nicht gelohre es ist ja heute gar nicht so einfache wohnung zu bekommen ich habe glück gehabt ich kannte den vormieter der hat sich umgebracht mir aber vorher versprochen dass ich die wohnung krieg wenn das keine freundschaft ist die angelegenheit war auch mit dem hausbesitzer abgesprochen wegen der möbel damit ich keinen abstand zahlen muss interessant ist jetzt dass er sich in der wohnung vergift hat im zimmer nach hinaus das sehr still ist wahrscheinlich dass man es nicht hört wenn er schluckt ich habe sofort neue bezug über die matratz gezogen bin auch sonst nicht arbeitgläubig ich kann sehr gut schlafen es ist ja heute wirklich nicht einfach bei der angespannten lage auf dem wohnungsmarkt wohnung zu kriegen zum annehmbaren preis und deshalb wundert es mich auch wie alt die menschen heutzutage trotzdem noch werden gut die kriminalität steigt aber doch nur auf der gas vom wohnbereich hört man noch keine entspannungsmeldung und dazu kommt noch die pflegeversicherung ja die gehen nicht mehr in die silos die bleibe zu haus und lassen sich pflege die pflegeversicherung ist ein attentat auf die obdachlose und die wohnungsnot aber ich ich fühle mich wohl in meiner wohnung ich bin auch noch nicht so alt ich bin ja noch im vorpflegestand und die wohnung ist auch sehr sicher sehr sicher auf die gas ohne patrouillieren schwarze sheriffs die gucke auch mal in der hausflur oder komme in die wohnung unangemeldt natürlich sonst wäre es ja keine überraschung meine freundin sabine findet es nicht lustig wenn die die dio aufreise und blöd fragen macht es immer noch spaß ich finde es auch aufdringlich aber andererseits gibt es doch auch das sicherheitsgefühl gerade auch an den kritischen tagen man weiß dann man ist nicht allein die schaue auch mal rein wenn ich nicht da bin aber die klauen nichts die nehmen nichts weg die kommen ganz wo anders her das sind resozialisierte gewaltverbrecher die aber ganz anderen hobbys wenn ich in meine wohnung rein will muss ich mich natürlich erst mal auf der gas ausweise ja ich brauche dann drei sicherheitsschlüssel und eine checkkertsche für die elektronische türöffnung und ich muss außerdem meinen persönlichen geheimcode in das ziffernschloss eingeben fünf ziffern eine mehr als bei der bank und wenn ich da falsch zahl eintipp dann tönte sirenen und gleich stehen die beide schwarzen sheriffs neben dir und dann weißt du wo die herkommen das macht zwar keine flecke aber das vergisst du nie aber gut sicherheit gibt es halt nicht zum nulltarif ja 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 Vielen Dank.